was ist das so ein Zeug der ganzen dies die 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 Spiele so bevor wir jetzt um sowas machen gehen wir erstmal diesen Le Crochet mit diesem Auto um vornehmen das vor Ort Romney da war schon Prozent das ist das Collective zählt und die Platz in der Geräusche machen auf wenn du ein bisschen platzieren auch ist korrekt aber doch schon oder irgendwoher hinten reinstellen die Hütte nur noch Platz machen heute denn jetzt oder nee wieso ist das denn noch nicht collected ach leck mich so aber wahrscheinlich garage voll aber hier beiden ja ah klar einfach mal die Karre so steht ein Nazi ich bin das das ist so nicht so so sorry so wir nehmen durch diese MP die aber dann ist auch mal für die Knoche wir müssen zum Glück hier runter ich hoffe das ist nie wieder sonst wie weit Fußgängerzone so oh an der Dachhände hängen geblieben so hier sind wieder jede Menge Nazi Schweine so 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 wir sind nach so 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 es ist Kirchen die die Börner ā At this moment, an Airship is ducking at the German supply depot in the Palais Royal to take on emergency supplies for the Afrika Then imagine how they would feel when we had destroyed their dump Zeppelin along with stockpiles of fuel and ammunition stored at the Palais People are out here, are sick of the Nazis The neighborhood is smoldering already Es würde nicht viel dauern, um den Krieg zu starten. Dann geben wir ihm eine Sparke. Oh, danke. Das hat oben durchgerugelt. Heute habe ich eine Laterne umgeformt. So in der Ecke. Manche die Bäume sind haltbar. Ich habe keine Lust, jetzt wieder so einen Negativ-Bürb zu bekommen. Oh, nein. Wir fahren einfach mal hier rein. Ah, jetzt muss man sein riesen Ding zu stürmen. Oh, nein. Dann packen wir mal alles hier rein. Oh, ja. Shotgun, rain, bam. Oh, ich brauche mal ein bisschen Munition hier. Egal. Mann, du Spaßst. Wenn hier lang. So. Ich muss sagen, die Schreufünde sind nicht schlecht. Ich muss aber langsam jetzt mal hier ein bisschen Karabino nehmen. Ja, schießt hier auf mich. Was ich jetzt brauche, ist dringend eine Waffe. Und zwar diesen Karabiner. Ach, ne, der hat auch eine Schreuflinne. Oh, nicht schlecht. Ich wollte eigentlich einen Karabiner haben. Ah, hier. Sehr schön. Da kann man jetzt entweder den Typen hier oben erstmal runterholen. Bumm. So, jetzt aber. Oh. Oh. Da haben wir eigentlich mal mehr als genug Munition jetzt. Das können wir auch noch. Ne. Doch, ne. Ja, da gibt's schon gar keine Nazis mehr. Ah, hier ist noch was. Wow. Man baut ja gar nicht immer Dynamit, ne. Du schießt schon wieder einen auf mich. Dahinten, ne. Wo ist hier noch einer? Ich seh niemand. Wo ist hier? Wo ist er? Ist er hier hinter? Ne. Ah, da oben ist noch einer. Ah, sieht mich noch gar nicht. Aber jetzt. Oder auch nicht. Dahinten ist auch noch einer. So. Der ist Geschichte. Ah, da oben ist noch einer. Ah, da oben ist noch einer.